Hallo, ich bin Lea. Ich bin Medizinstudentin und ich interessiere mich für Forschung und Fortschritt in der Medizin. Gerade schreibe ich meine Doktorarbeit, weil ich richtig Lust darauf habe, ganz viele spannende RheumatologInnen kennenzulernen. Ich finde es total spannend, wie man das komplette Organsystem untersuchen kann, dass man der Detektiv unter den Ärzten ist und immer dann zurate gerufen wird, wenn alle anderen nicht mehr weiter wissen.